Ja mein Leute, was geht? Mein Name ist Elvian und willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video, ihr werdet es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen haben. Es ist UHC-Stuff im Hintergrund und im Titel habt ihr es wahrscheinlich auch schon gelesen, dass ich eure Hilfe mal brauche. Denn es ist nämlich in letzter Zeit so, dass ich einfach vor dem PC-Sitz ein Video vorhabe aufzunehmen und ich teilweise einfach gar keinen Plan habe, was ich denn überhaupt recorden soll und hochladen soll für euch. Denn mir macht eigentlich schon sehr sehr viel Spaß, natürlich am meisten UHC, wovon eben mein Kanal auch abhängt. Jedoch ist es so, dass ich natürlich nicht immer UHC-Highlights bringen kann. Das liegt erstens daran, da ich erstens nicht so viel Zeit habe, auch OACs zu spielen unter der Woche und das meistens auch nur überwiegend am Wochenende mache. Und natürlich nimmt es sehr viel Zeit in Anspruch, solche UHC-Highlights eben auch zu schneiden. Da habe ich jetzt einfach mal eine Abstimmung erstellt, Leute, wo ihr einfach abstimmen könnt. Welche Spielmodi ihr eben auf meinem Kanal außer UHC-Highlights natürlich sehen wollt. Ich werde UHC-Highlights natürlich auch mit reinbringen. Ihr habt natürlich mehrere Antwortmöglichkeiten, denn ihr wollt natürlich nicht nur eine Sache auf meinem Kanal sehen, denke ich mal und gehe ich mal davon aus. Ich werde natürlich die Abstimmung auch so gestalten, dass die Optionen, die ihr auswählen könnt, natürlich mir auch Spaß machen. Denn ich werde nichts hochladen, was mir natürlich überhaupt keine Freude bereitet, weil das ist dann auch irgendwie sinnlos. Und dann mache ich auch nur schlechte Videos, wenn ich die motivationslos mache, wenn ihr mich verstehen könnt. Daher wollte ich euch jetzt einfach mal um eure Hilfe bitten und euch mal fragen, was ihr denn so auf meinem Kanal sehen wollt. Außer UHC-Highlights, denn das habe ich euch schon lange nicht mehr gefragt. Das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video. Ihr habt im Hintergrund jetzt, oder ihr seht gerade noch, ein Teams of Tomb. Das habe ich nämlich zusammen mit Ropnik gespielt und wir haben eigentlich ganz schön einen Ball hingelegt. Wir sind mit einem Viertel rein, jedoch war das ein bisschen blöd, wie ich da gestorben bin. Ropnik hat dann auch noch wenig überlebt. Ich weiß nicht, ob das Ropnik als Highlights hochladen wird. Wenn ja, dann würde ich das, denke ich mal, in Zukunft machen. Ich weiß aber nicht, wann genau. Aber für mich hat es für ein Highlight auf gar keinen Fall gereicht, denn wir haben einfach nur ein paar Kills gemacht beim Snowballen. Und da bin ich halt leider gestorben, weil ich da nicht weggekommen bin an dieser einen Stelle, was ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt oder gleich sehen werdet. Aber gut, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, denke ich mal, bei entweder einem normalen Video oder bei dem dritten Win, den ich erst letztens gemacht habe, zusammen mit Ropnik und Mosk. Ja, haut rein und shoot rein. Tschau.